so und als letztes video heute natürlich ich hoffe dass sie die anderen drei auch schon gesehen hat noch mal ein bisschen was dazu wie unsere presse heute das ist mir wieder aufgefallen und da ist es mir in der zeit aufgefallen da hatten sie das artikel unsere verteidiger wie es wirklich um unsere bundeswehr bestellt ist und da waren dann sieben männer und eine frau berichtet wie es wirklich zugeht in der truppe da muss ich wieder recht sagen also unglaublich das kann doch nicht sein das kann doch nicht unser journalistischer anspruch sein tatsächlich oder das kann nicht der journalistische anspruch sein denn was hier passiert ist doch ganz simpel wir verwechseln wieder wetter mit klima dann kommen sieben leute zur sprache sieben männer eine frau zur sprache das ist vollkommen irrelevant was die sagen ob die sagen das ist so ich habe die sagen das ist nicht so bei mir war schlimm bei mir nicht schön ausgewogen wir sagen es war schlimm wir sagen oh super die eine frau sagt ich hab da war alles okay die männer haben sogar meinen rucksack getragen wie bitte warum tragen männer deinen rucksack was ist denn das ich denke wir will Soldatin sein da musst du auch deinen eigenen rucksack tragen können davon abgesehen trotzdem was bringen diese acht aussagen was sollen diese acht aussagen die bringen nix und jeder liest nur das raus was er eigentlich raus lesen möchte siehst du der sagt das ist gar nicht so schlimm die sagt da ist überhaupt keine die ist nicht angegangen worden die ist nicht belästigt worden diese eine die ist nicht belästigt worden da gibt es gibt kein problem bei der bundeswehr blödsinn nur weil es im kleinen kleckersdorf oder in schöningen regnet heißt es doch nicht auf der ganzen welt regnet und nur weil wir hier in deutschland jetzt gerade den frühling ziemlich verkältert der war ziemlich kalt viel zu kalt eigentlich für die jahreszeit okay aber das heißt doch nicht dass die klimaerwerbung nicht da ist und nur weil jetzt hier diese paar hansel sagen das ist ja eigentlich war alles okay und dann so zwei leute sagen naja es war schon da war ich habe ein paar sachen erlebt nur weil das ein paar hansel sagen das war so ein paar hansel sagen das war nicht so es hat nichts zu sagen wir sind ja nicht repräsentativ was soll denn so ein artikel der soll stimmung machen das ist doch das ding der soll stimmung machen dafür gibt es diesen artikel in der zeit damit er in eine ganz bestimmte richtung stimmung macht das perfide ist die zeit ist ja ein ein ich würde mal behaupten ein liberales und dann blatt durchaus liberal steht da glaube ich der wenn dann der cdu der spd nahe in diese richtung also der der politischen richtung der wie die spd sein sollte da steht sie da steht die zeit ungefähr nicht da wo die spd tatsächlich ist dass die ist zu weit rechts und durchaus auch ein blatt das sehr divers ist also da sind auch durchaus mal leute drin die die rechte als die spd und können da ihre sache schreiben die versuchen schon ein vernünftiges bild abzugeben als ein vernünftiges ausgewogenes bild abzugeben mit der tendenz in eine wie ich finde richtige richtung anders als der spiegel zum beispiel der geht da geht die tendenz in die falsche richtung in richtung cdu grün taz ähnlich halt nur die wollen denn eigentlich in der richtigen richtung stehen aber sind dadurch durch ihre grünen nähe dann doch ein bisschen beeinflusst dann doch ein bisschen rechts manchmal zu sein davon abgesehen war vollkommen egal hier soll stimmung gemacht werden gegen ursula von allein mit diesem artikel da sind ein paar alibi da sind zwei alibi sachen drin die sagen das war so aber was hier diskreditiert werden soll ist dass diese diese verallgemeinerung die ursula von der allein dass die truppe ein problem hat das soll dadurch diskreditiert werden es soll gezeigt werden das sind einzelfälle und gegen einzelfälle müssen wir vorgehen ja man kann doch nicht alles verallgemeinern also quark doch denn selbst bei diesen acht wenn man da intellektuell mal in der lage ist das tatsächlich zu lesen selbst bei diesen acht sachen sieht man ganz genau worauf es ankommt wann treten diese dinge in der bundeswehr auf wenn die standortführung das zulässt dass es auftritt man sagt ja gerne der fisch stinkt vom kopf das stimmt in diesem fall auch komplett wenn die standortführung das zulässt durch lasche auslegung auslegung das jungs sind jungs oder vielleicht sogar selber dabei daran teilnimmt an diesen sachen dann treten diese sachen bei der bundeswehr auf wenn die standortleitung nicht also dem praktisch ein riegel vorsieht dann treten diese sachen nicht auf was heißt denn das aber dass das einzelfälle sind da wollen die gerne darauf hin ich finde das heißt das nicht ich finde das heißt es überhaupt nicht das bedeutet doch nichts weiter als das ist innerhalb der bundeswehr durch die struktur der bundeswehr so wie die bundeswehr jetzt aufgebaut ist mit den mitgliedern die sie bekommt mit den rekruten die sie bekommt eben dadurch dass die wehrpflicht ab ausgesetzt ist mit dem sammelsurium der menschen die jetzt noch zur bundeswehr gehen ist diese tendenz immer latent da sie kommt aber nur an die oberfläche wenn die standortleitung dem raum gibt aber immer wenn sie den raum gibt kommt das an die oberfläche das heißt es ist immer da und nicht nur in ein paar einfälle fällen sondern immer dann wenn die standortleitung versagt dann kommt es an die oberfläche das muss man intellektuell mal begreifen und dann ist auch diese sind auch diese acht aussagen nicht mehr so positiv oder beziehungsweise negativ für 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 usola von der leyen wie sie jetzt hier im ersten moment wirken sollen wo die wo die intention danach ist das sind keine einzelfälle der pool der soldaten hat einen generellen drang richtung rechts das bevor diese sachen waren da alleine in diesem jahr mehrere meldungen dass der mad seit seit der abschaffung der wehrpflicht noch nie so viele vorfälle rechtsextreme vorfälle innerhalb der bundeswehr hat das fängt an vom zeigen des hitlergrußes und verbal waren bis hin dazu dass flüchtlinge angegriffen wurden von bundeswehrsoldaten und das alles bis franco a bis dahin und das bedeutet auch nichts anderes als wenn man einen kommand wenn man einen standortkommandanten hat der den deckel drauf fällt dann trauen die sich nicht weil das ist ja halt immer auch so wenn sie anonym sein können dann sind diese rechten immer schön laut und sie in der masse untertauchen können da sind sie schön laut aber sobald sie druck von oben kriegen das ist ja nun mal also das ist ja obrigkeitshöhe gericht aber das ist halt rechts aber das ist nur unterdrückt so wie der rechts in der ddr hieß es immer wir haben keine rechten hier na klar hattet ihr rechte und durch dieses unterdrücken und nicht aufarbeiten ist das sogar noch verstärkt worden und genau das findet bei der bundeswehr statt die sind durchsetzt mit rechten und die kommen immer an die oberfläche wenn die standortführung versagt das sagt dieser artikel er will es nicht sagen aber er sagt es tatsächlich pech für die zeit